hallo jetzt martin von money manke ist das die dax analyse für nun mittwoch den ersten februar 2023 und ja hände hoch hier könnte schafft geschossen der netz zum mittwoch das definitiv wohl der potenziell möglichste tag um hier mal auszubrechen ansonsten können wir hier einfach bandansage machen sehr geehrte damen und herren sie befinden sich am oberen rand der wenn die letzten tage wir haben bisher keine neuen signale auf der oberseite gebildet wir haben keine neuen signale auf der unterseite gebildet wir haben weiterhin unten support bereiche im bereich um 15.025 leicht darunter oberhalb ist es die 15 180 bis 200 die uns begrenzt so lange wir nicht oben ausbrechen oder auch nicht unten ausbrechen laufen einfach wir weiter zur seite vorzugsweise am vormittag nach unten ab mittag dann nach oben das machen wir die ganzen letzten tage sehr gern ich danke für ihre aufmerksamkeit und wünsche einen erfolgreichen handelstag am morgigen tag könnte man so stehen lassen ergänzen können wir noch dazu sagen dass fett ist na also das ist auf jeden fall der mittwoch der kann schon mal probieren ich bin mir nicht sicher ob es nachhaltiger ausbrauch so lange range normalerweise muss dann fehl signal kommen aber dass manchmal ich würde auch nicht darauf bestehen wollen der kann sich auch direkt rausschieben aber wenn man long mitgehen will sollte man glaube ich eng absichern also das versuche ich zu sagen für den fall der macht dann doch ein fehl signal und knallt sich direkt nach unten anlaufstation sind oben jetzt erstmal 270 280 geht er höher bitte durchaus 350 und eben auch 445 einplan das ist direkt schon erreichbar am mittwoch also wenn der bock hat kleines abwärtscap bringt das mal offen lässt nicht direkt abverkauft kann er bis 445 direkt durchknallen schon am 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 mittwoch jetzt da monatsauftakt das hätte auf jeden fall potenzial hier was auslösen sollte uns wieder das gleiche präsentieren wie die letzten tage und hier nach unten starten im abwärtscap offen lassen und sich runter und mal einfach zum nachmittag noch ein neues tages tief bringen das daran scheitert es immer ne vormittag ist ja eigentlich jetzt immer schwach gewesen aber muss zum nachmittag einfach noch mal neues tages tief bestätigen dann könnte er auch ordentlich runter zwirbeln und hier wird eigentlich jetzt schon unterbieten von 14.000 eigentlich unterbieten von 15.000 schon ausreichen und der könnte sich auf den weg machen richtung 830 800 und dann eben sogar schon bereiche um hier was was haben wir hier 670 675 bis 630 das wäre eine nächste station 700 auch noch wichtig aber 6 65 670 630 das das wäre vom band her ja eigentlich eine schöne anlaufstation also von daher kann man es glaube ich relativ kurz fassen dass man sagt okay unter 15.000 das abwärtsrisiko erhöht ja sollte man vielleicht dann doch ein bisschen zurückstellen ausbruch steht wohl bevor ja und alles was um oberhalb von 15.200 geht hat erstmal vorteil auf der oberseite ja dann lassen machen wenn er umdreht und umkehrt und wirklich hart verweigert erkennt man es ja kann man immer noch sagen okay nee jetzt schluss dann gehe ich doch noch mal raus aber ich würde nicht pauschal einfach mich dagegen stellen nach dem motto der dritte wieder um kann halt echt jetzt also wenn er ausbricht dann macht er wahrscheinlich am einen tag die ganze action und dann geht es schon wieder zur seite ja also da muss man aufpassen und das kann innerhalb von weniger stunden ablaufen kann wirklich sein und zwei wochen zur seite gelaufen er macht es drei stunden richtig schmack 250 punkte oder sowas und dann geht es wieder zwei wochen zur seite das ist so ein bewegungsphasen hier nicht auszuschließen haben von naja einmal müssen aufpassen punkt ende aus viel erfolg morgen und noch kleiner hinweis seminar wir haben noch vier plätze frei jetzt also wer noch kommen möchte einfach kurz melden und dann kümmern dass sie auch draußen da müssen wir hier nicht mehr die damit stören die sich davon gestört fühlen ich wünsche euch spaß viel erfolg gutes gelingen und bis morgen tschüss